2 plus 2 ist 5? Äh, warte mal, kann ich nicht mehr rechnen? 2 plus 2 ist doch 4! Und was ist 5 plus 5? 9? Äh, okay? Irgendwas stimmt hier hier absolut gar nicht! Aber das soll uns auch egal sein, denn wir verdienen Geld, wenn wir auf den Block drücken! Richtig, Freunde, wir spielen heute kein Mathematik! Dachtet ihr echt, wir machen Mathe? Ne, da hab ich nicht so Bock drauf! Denn wir spielen heute im Merch-Simulator, das bedeutet, wir müssen Blöcke zueinander finden und größer machen und dann entwickeln wir neue Blöcke! Also ja, die werden auch größer, aber, äh, warum? Also, das mit 2 plus 2 und so macht keinen Sinn! Soll uns aber auch egal sein, denn wir verdienen jetzt mega, mega viel Geld! Wir verdienen jede Sekunde 24 Dollar! Ja, ich weiß, das ist nicht so viel! Aber egal, Leute, wir können uns auf jeden Fall noch upgraden, indem wir hier die Spawn-Stufen erhöhen! Das bedeutet, jeder Block ist jetzt Level 15! Und damit können wir einen 15 plus 15 Block zusammen spawnen! Und wenn wir diese zusammen spawnen, dann bekommen wir 26 raus! Yeah! Und die 26 können wir die ganze Zeit anklicken und dann bekommen wir 7 Dollar! So, und wenn wir jetzt die 26er Block machen, bekommen wir einen kleinen Holzblock! Juhu! Äh, Alter, was machst du auf meinen Kopf, Mann? Mal gucken, was wir nach dem Holzblock bekommen und... Yeah! Jetzt kommen langsam die Minecraft-Blöcke! Ich liebe es jetzt schon! Und wenn wir hier draufklicken, bekommen wir jede Sekunde 18 Dollar! Aber vielleicht sollten wir die Spawn-Rate oder die maximalen Blöcke auf jeden Fall weiter erhöhen, Leute! Okay, ich hab's jetzt nun mal ein bisschen erhöht und ich bin mal gespannt! So, ich werde jetzt auf jeden Fall fleißig hier mal alle zusammenpacken und... Alter, den hab ich aber weggeschossen, Mann! Und wir haben auf jeden Fall jetzt einen neuen Block! Den 112-Block! Haha, du Puppelfreak! Ich bin schon bei 3000! Hey, was sagst du? Puppe? Ja, warte ab! Wir werden den auf jeden Fall schon einholen! Okay, es kann zwar noch eine Weile dauern, aber ich denke schon, dass wir das vielleicht schaffen, Freunde! So, ihr seht's, wir werden jetzt hier fleißig mal alle zusammenpacken, die hier zusammengehören! So, okay, Leute! Es sieht bis jetzt ganz gut aus! Ich würde sagen, ah, man kann sich sogar Arbeiter kaufen! Ich will auf jeden Fall nicht für dich arbeiten, Mann! Ey, warte mal! Hey, das hast du nicht zu entscheiden! Mach doch dein Kram selber, Mann! Hey, das nippst du zurück! Natürlich wirst du für mich arbeiten! Aber, Leute, dafür müssen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen mehr upgraden, denn sonst wird er wahrscheinlich wirklich nicht für uns arbeiten! Aber, Leute, ihr seht, wir kommen wieder dazu, einen neuen Block gleich zu spawnen! So, wir machen auf jeden Fall mal erstmal den fertig! Oben steht, wir haben verdient schon 600 Dollar jede Sekunde! Und, bam, ein neuer Holzblock! Hier können wir übrigens auch Blöcke fallen lassen! Probieren wir es einfach mal aus! Mal sehen, was passiert! Und, ah, Freunde, was passiert? Äh, hier? Wow, Alter! Äh, das wollte ich ja jetzt nicht! Aber ich meine, schaut mal, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier draufklicke, bekommen wir die ganze Zeit 300! Und, Alter, dann kann ich mich ja jetzt mega hochkaufen hier! Okay, ich werde auf jeden Fall jetzt hier einige Sachen überspringen, weil wir mega gut gerade sind! Aber, Freunde, wir brauchen echt einen Arbeiter! Das dauert hier alles ein bisschen zu lange, weil wir müssen hier die ganze Zeit nur rumrennen und so! Nee, das dauert echt ein bisschen zu lange! Übrigens ist hier das Index, wie viele Blöcke wir haben! Und ihr seht, wie viele uns noch fehlen! Alter! Aber ich würde sagen, Freunde, wir probieren erst mal das Obby! Obbys sind immer am schönsten! Okay, das ist echt ein Baby-Obby! Ich meine, das schaffen wir ja easy! Let's go, Freunde! Das Baby-Obby werden wir hier easy schaffen! Und fertig! End! Oh mein Gott, nice! Okay, wir haben jetzt alles mal zwei! Wir bekommen jetzt mal zwei Geld! Okay, wir müssen jetzt alles hier zusammenbauen! So, 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 komm her, großer Block! Dann haben wir hier ein 700er Block! Okay, das ist auf jeden Fall gut! Alter, das ist mega nice! Dass wir jetzt alles mal zwei bekommen! Das bedeutet, eigentlich sollte ich auch die ganze Zeit klicken! Ich glaube, dann würde ich viel, viel mehr verdienen! Und jo, Leute, Alter, es läuft gerade mega gut! Wir haben Spawnstufe schon 11 von 31! Also los, Vitamine! Schnell, schnell, schnell! Alles zusammenbauen! Hey, nee! Warte mal, ich will dich gar nicht nehmen! Okay, Leute! So, wir haben jetzt einen neuen Block! Und der wird ein... Was wird sein, Leute? Und... 1900! Also, ich kann mich hier absolut gar nicht beklagen! Bei uns läuft es wie am Schnürchen! Und so schnell haben wir schon wieder einen 1,1 Block! So, und hier brauchen wir nur noch einen! Und dann haben wir wieder einen komplett neuen! Oh mein Gott, Alter, das geht richtig schnell! Okay, was werden wir nun bekommen? Jo, jetzt haben wir auch einen 3.000 großen Block! Was haltet ihr davon, wenn wir 500 Blöcke fallen lassen? Okay, das machen wir echt leicht! Das hört sich echt mega nice an! Aber dafür würde ich sagen, graden wir hier auf jeden Fall noch einige Sachen ab! Alles, was wir upgraden können! Hier, warte mal! Ah, wir kriegen bei Wiedergeburten, kriegen wir auf jeden Fall Juwelen! Oder können wir uns hier im Juwelenshop einiges kaufen? Aber ich möchte auf jeden Fall erstmal den reichen Minion! Äh, warte mal! Die Blöcke bauen Haus! Was soll denn das jetzt hier? Hey, ihr sollt doch kein Haus bauen! Und jo! 4.900! Und ich hab eben mal nochmal das Hobby gemacht, weil es als echt easy ist! So, jetzt werden wir uns ganz, ganz schnell hier mal ein bisschen Geld verdienen! Oder nö, Leute! Wir werden jetzt einfach 500 Blöcke droppen! Jo! Alter, was geht denn jetzt ab? Äh, Leute! So machen wir jetzt auf jeden Fall gerade echt viele neue Blöcke! Und ey, kann das mal jemand sortieren hier? Jo! Was geht denn jetzt ab? Wir haben einen neuen Block! Den 20.000-Block! Und schaut mal, wenn ich hier draufklicke, bekommen wir einfach 5.000 die Sekunde! Und jetzt hab ich 3,2 Millionen! Das bedeutet, wir können uns unseren ersten Minion kaufen! Boah, Alter, ich hab gesagt, ich hab keinen Bock auf dich! Hey, hör auf, sowas zu sagen! Du arbeitest jetzt für mich! Los, los, los! Ein bisschen schneller gefällig! Alter, Mann, ist kein D-Zug! Du bist vielleicht kein D-Zug, aber dann müssen wir dich zum ICE machen! Los, mach jetzt hin, Leute! Alter, was sagt ihr zu meinem Minion? Und laut dem Index haben wir natürlich jetzt einige auch übersprungen, zum Beispiel den Kohleblock! Und wir können hier fleißig weiterklicken, weil ich meine, es kostet nicht! Und Alter, ey, warte mal! Ich muss mit meinem Profi-Block hier rumklicken! Geh weg, Leute! So, jetzt kann ich schön weiterklicken! Alter, gibt das viel Geld! Aber wir können natürlich auch die Spawnstufe ein bisschen erhöhen! Und natürlich die maximalen Blöcke! Und dann, Leute, seht ihr ja, jetzt kann unser Minion hier fleißig weiterarbeiten! Ich werde auf jeden Fall die ganze Zeit jetzt hier ein bisschen klicken! Wir bekommen 100.000 die Sekunde! Und, ja, das ist geil! Okay, ich habe mir mal wieder ein bisschen was zusammengespart! Das heißt, wir können uns den zweiten Cowboy-Minion kaufen! Und gleich, also ihr seht, wir haben 9 Millionen und 11,2 kostet der nächste! Das bedeutet, wir klicken jetzt einfach mal ganz, ganz schnell hier drauf! Und dann kaufen wir uns schon den dritten Cowboy! Und, ja, ich weiß, die haben keine Lust auf uns, aber die müssen halt trotzdem arbeiten! Und der dritte Minion ist am Start! Mann, ey, wir haben keine Lust auf dich, ey! Du musst aber für mich arbeiten und... Ah, Leute, okay! Er wird die ganze Zeit nur geupgradet, also ich dachte, wir haben jetzt drei, aber... Nein, wir haben nur einen, der jetzt einfach die ganze Zeit schneller läuft! Los, lauf, mein kleines Rentier! Ich bin ein Schwein! Ja, okay, das hättest du mir vor der Einstellung sagen sollen! Yo, Leute! Schaut mal, was ich alles noch gebaut habe! Ich glaube, vorhin waren wir bei der 20 und ich habe noch ein bisschen mehr gekauft! Das bedeutet, ich habe hier die verschiedensten Ärzte bekommen! Und nach den Ärzten ging es weiter mit vollen Blöcken! Also mit Irisenblöcken, Goldblöcken, Diamantblöcken, Smaragdblöcken und jetzt, äh... Was ist das für eine Farbe? Kann mir jemand helfen? Aber ihr seht, was ich für einmal klicken bekomme! 870.000 Dollar! Und übrigens habe ich auch meinen Minions gemax levelt! Und ich konnte mir Sir Minion 2 kaufen! Ich will nicht für dich arbeiten! Hey, das musst du aber! Haha, du kannst nichts anderes tun! Oh Mann, ich will lieber gerne ein Schwein! Äh, ein Schwein? Ach, egal! Frage ich mal nicht weiter nach, aber ihr seht es, Leute! Okay, wir können jetzt mal Sir Minion auf Level 2 upgraden! Joa, so! Ich brauche jetzt hier einfach nur mal ein bisschen klicken! Übrigens könnte ich mich schon reberfen, aber ich glaube, Freunde, das lohnt sich in dem momentanen Stand nicht! Denn ich will einfach noch herausfinden, was für coole Blöcke danach alles noch kommen können! Deswegen würde ich sagen, Sir Minion, erstmal upgraden wir dich noch ein wenig! Och Mann ey, noch schneller arbeiten! Naja, klar, dafür habe ich ihn ja auch gekauft, Freunde! Und wow, die Spawnstufe ist sehr hoch! Ich kaufe mir auf jeden Fall jetzt nochmal 500 Blöcke, denn ich will auf jeden Fall nochmal ein paar neue Blöcke sehen! Haha, oh mein Gott, da kommen sie wieder runtergeflogen, Leute! Let's go, verbindet euch! Ihr könnt ja mal sehen, was sollen wohl die anderen denken? Und, äh, ja, schaut mal, er ist bei 15! Und wir sind, oh mein Gott, wir haben keinen neuen Block bekommen, aber warte mal, was ist, wenn wir Diamant-Diamant zusammen machen, dann machen wir die beide zusammen und nun bekommen wir tatsächlich einen neuen Slime-Block! Okay, ich weiß nicht, ob das ein Slime-Block ist, aber auf jeden Fall gefällt er mir! Ne, das habt ihr jetzt nicht gesehen, schmeckt nicht so gut! Es sind ja auch nur Minecraft-Blöcke, aber wir haben mal den dritten Minion gekauft, jetzt haben wir einen maximal erupgradeten, dann haben wir einen, der steht 3 von 5 und einen reichen Minion! Okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall die Spawn-Rate natürlich noch ein bisschen nach unten bringen! Ja, die sieht jetzt noch nicht so gut aus, nämlich alle 2,2 Sekunden spawnt nur einen Block! Das sollten wir vielleicht ein bisschen verbessern noch, so 2 Sekunden! Okay, okay, es geht auf jeden Fall weiter nach oben, aber Leute, wir müssen uns weiter anstrengen! Wir wollen den letzten Block bekommen! Lasst es, Block regnen! Also, dieses Phänomen kennt ihr und ich habe jetzt locker schon 5000 Bro-Bucks ausgegeben, nur für dieses Spiel! Ja, 5000 Bro-Bucks! Aber dafür könnten wir uns jetzt einen neuen Block spawnen und es ist... Alter, der Lollipop-Block? Was soll das sein? Egal, upgraden wir auf jeden Fall mal unsere beiden Minions! Jetzt sind die wieder auch ein bisschen schneller! Die Spawn-Rate sollte auch gleich erhöht werden und verbessert werden! Okay, unsere Arbeiter haben hier alles im Griff! Ich würde sagen, komm, wir gehen mal bei den anderen Leuten schauen, wie die das so machen! Aha, okay, hier ist Kava! So, welche Upgrades hat er? Können wir ihnen übrigens helfen? Warte mal, ich kann ihm helfen? Okay, Leute! Oh mein Gott, seit wann weiß ich das jetzt erst? Hey, Kava, ich werde dir natürlich helfen! So, wo haben wir hier einen neuen? So, den hier, zack, komm, 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 Kava, ich helfe dir! Keine Sorge, ich werde dir auf jeden Fall... Äh, jetzt lass den Block los! Ich will dir helfen! Oh, Leute, wir hängen jetzt hier beide fest! Na so, so, ich klaue dir jetzt auf jeden Fall den Block! Ciao! Okay, ich komme nicht weiter! Okay, hier drüben macht er auch nicht mehr weiter! Ich glaube, der hat keine Lust mehr! Okay, ich werde dir mal ein bisschen helfen! So, komm her! So, die beiden Blöcke hier zusammen! Und dann haben wir fast neun keinen... Alter, ich werde dir nichts wegschnappen! Keine Sorge, Mann! Aber es sind halt zu wenig Blöcke da, denn er kann kaum was spawnen! So, warte mal, jetzt haben wir hier so den hier! Gib mal her, Alter! Ich will das machen! Okay, jetzt hat er es gemacht! Dann gehe ich halt zum nächsten und werde denen ein bisschen helfen! Und der macht nämlich auch alles alleine! So, er hat nämlich auch noch keine Minions! Deswegen wird ihm natürlich geholfen! So lieb, wie wir sind, helfen wir hier jedem! So, jeder hilft jedem, ne? So, okay! Und dann werden die zusammen gemacht! Und bitteschön! Jetzt bekommst du einen neuen, größeren Block dadurch! So, herzlichen Glückwunsch! Du hast einen neuen Block bekommen! Hier, die zwei Blöcke kann man auch schon mal zusammen machen! Und jetzt, hä? Bist du schon wieder ein bisschen besser! Aber hier ist jemand, der gar nicht arbeitet! Na ja, warte! Wir helfen dir kurz! Wir kennen das ganze Spiel ja schon! Wir sind ja keine Noobs! So, wo ist eigentlich derjenige? Ich, ich, okay, warte mal! Wir machen Ihnen mal einfach eine Überraschung! Leute, wenn wir Ihnen mal eine Überraschung machen sollen, lasst einen Daumen nach oben da! Auf jeden Fall bewertet das Spiel mal! Wenn ihr gerne mal mit mir gemeinsam auf einem Twist, also auf einem Plot das spielen wollt, dann lasst auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben da! Dann zocken wir das alle gemeinsam hier in einem Quadrat! Dann wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob das funktioniert! Ich glaube, das wäre auch mega witzig, wenn wir alle, also wirklich so 15 Leute oder so, einfach hier drauf zocken! Ja, der wundert sich so gerade! Hä? Was macht der? Und ja, ich sag dir mal so, ich hab dir geholfen! Hau ab von meinem Gebäude! Hä? Warte mal, wie von deinem Gebäude? Hä? Ich hab dir vielleicht mal geholfen! Und ich... Okay, dann hauen wir halt ab, Leute! Das lass ich mir nicht gefallen! Schauen wir mal an, wie es bei uns aussieht! Und yo! Okay, bei uns sieht es nämlich schon viel besser aus als bei ihm! So, warte mal, wir haben hier einen Goldblock! Dann bekommen wir einen Diamantenblock! Und wir haben hier wieder einen Emeraldblock! Wir können wieder ein bisschen die Zeit runterschrauben! Dann spawnt auf jeden Fall alles ein bisschen schneller! Aber ich hab das Gefühl, unsere Mitarbeiter haben trotzdem nicht so Bock hier irgendwie auf den ganzen Job! Weil die lassen sich echt Zeit hier gefühlt! Ich meine, man kann echt ein bisschen mal schneller arbeiten! Ihr seht, guck mal, wie schnell ich das mache! So, Diamant und Diamant! Ja, Emerald und Emerald! Den und den! Und dann haben wir doch hier, zack, wieder einen Goldblock! Und stellen den einfach jetzt erstmal hier hin zum Warten! Weil wir brauchen halt erstmal einen zweiten Goldblock! Und so langsam, wie die das machen, ist mir klar, dass es hier Stunden oder Jahre dauern kann! Obwohl die auch echt besser geworden sind! Also, die sind nicht mehr so lahm wie am Anfang! So, und da haben wir jetzt wieder einen Ironblock! Und, äh, toll! Wir brauchen halt noch einen Ironblock, Mann! Und warum sind manche so extrem groß eigentlich? Das verstehe ich manchmal gar nicht! Manche Blöcke sind so riesig, also so übertrieben groß! Aber, naja, soll mir halt recht sein! So, jetzt haben wir hier wieder, zack, den! Dann haben wir einen Eisenblock! Wieder einen Goldblock! Dann können wir die Gold und Gold zusammenpacken! Und, jetzt brauchen wir noch einen Diamantblock! Na, toll! Wir sollten auf jeden Fall trotzdem noch einen Upgrade schaffen! Denn das möchte ich unbedingt noch! Weil ich möchte unbedingt wissen, welcher Block nach diesem kommen wird! Okay! Äh, wir haben einen neuen Emeraldblock! Und, oh! Ich hab vergessen! Ja, wir haben ja jetzt erst diesen pinken! Mist! Wir brauchen noch einen pinken! Alter, das dauert ja noch mega lange, Leute! Und, ihr seht schon, es dauert halt mega lange, weil wir jeden Block hier verbinden müssen! Aber, ich hab gleich das nächste Upgrade! Dann bekommen wir keine Diamantblöcke mehr, also keine Diamanterze, sondern gleich Emerald-Erze! Das bedeutet, eine Stufe haben wir schon mal weniger, die wir zu diesen neuen brauchen! Und, das spart uns natürlich auch wieder ein bisschen mehr Zeit! Okay! Nächste Spawn-Stufe und Minion-Stufe ist erhöht! Ich glaube, jetzt ist es gleich soweit! Gleich haben wir alles fertig! So, warte mal! Wir brauchen jetzt nur noch ein paar kleine Blöcke! Ich würde sagen, kaufen wir uns nochmal easy 25 Blöcke! So, das ist nicht viel, aber das sollte so zumindest jetzt reichen, fast, sag ich mal! Also, so, das zusammen! Dann brauchen wir noch einen Eisenblock! Äh, Mist, den haben wir nicht! Aber natürlich, Leute, ist der schnell gemacht! So, einen Eisenblock, Goldblock, Diamantblock, Emerald-Block, dann einen pinken Block! Also, warte mal, jetzt machen wir das neue Upgrade fertig! So, einen grünen Block! Und jetzt bin ich mal gespannt, Freunde! Es geht los! Und einen... Warte mal, Schokoblock? Oh, ich liebe Schoko! Ja! Und dafür haben wir jetzt so lange gearbeitet, Leute! Ich glaube, ich fall um! Auf jeden Fall ist es mir das wert! Und wir drücken auf Rebirth! Wir haben alles verloren! 5000 Robux umsonst! Bist du denn verrückt geworden, Vitamine? Aber ist egal, Leute! Wir haben es extra so gemacht, denn 1 plus 1 ist 2! Und genau, 2 plus 2 ist 5! Ich würde sagen, das soll aber reichen, Leute! Und ihr seht, hier können wir auf jeden Fall Edelsteine neu kaufen! Oder Bargeld oder Geschwindigkeit! Aber das würde ich sagen, können wir gerne bei einem zweiten Video machen! Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solch coolen Videos sehen wollt, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da! Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um gerne neue Videos mehr wie dieses hier zu verpassen! Und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video! Bis dann! Tschüss! Tschüss! Tschüss!